In Deutschland fehlen über 540.000 Fachkräfte. In vielen Bereichen. Bei der Bahn sind es über 25.000. Auf der anderen Seite gibt es im Ausland viele Menschen, die gerne in Deutschland arbeiten möchten. Manche von ihnen lassen sich aber von falschen Versprechen locken. Ich war so wütend, dass ich nicht bezahlt wurde. Ich habe Kinder zu Hause. Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland vermittelt werden, stehen oft vor sprachlichen Hürden und müssen hohe Vermittlungsgebühren bezahlen. Später habe ich andere Informationen bekommen, dass wir 3.000 Euro bezahlen müssen. Den Anwerbern und Personalvermittlern geht es in manchen Fällen offenbar nur um den eigenen Profit auf dem Rücken ausländischer Fachkräfte. Das ist so was wie Sklavenhandel, also echt schlimm. Mit welch üblen Tricks arbeiten diese dubiosen Vermittler? Wie versuchen sie Menschen auszubeuten und wie kommt man da raus, wenn man einmal in deren Fänge geraten ist? Ich fahre nach Dresden. Dort treffe ich Roman Savchenko und seine Familie bei einem Ausflug in ein Bahnmuseum. Die vier stammen aus der Ukraine. Hallo. Guten Tag, grüß dich, hallo. Vor dem Krieg hat Roman in der Ukraine als Lokführer gearbeitet. Davor war er mehrere Jahre als Lokomotivführer gehilfe tätig. Sein Lokführergehalt damals 500 bis 600 Euro pro Monat. Für eine Familie selbst in der Ukraine zu wenig. Im Oktober 2020 plant Roman, sich in Deutschland einen Job bei der Bahn zu suchen, um besser für seine Familie sorgen zu können. Doch wie kommt man nach Deutschland? Er hört von der Firma Curanta. Mein Freund hat diesen Kontakt mir gegeben und habe mich mit der Firma Curanta verbunden. Und die Frau hat gesagt, dass sie uns nach Deutschland kommen können, helfen können. Wie viel musstest du bezahlen? Das war ja nicht umsonst. Ja, erstmal war die Information, dass wir von 600 bis 1000 Euro bezahlen müssen. Roman war glücklich und voller Hoffnung, so erzählt er mir, bald in Deutschland arbeiten zu können. Doch hier angekommen sollte er als Integrationsgebühr nicht 600 bis 1000 Euro bezahlen, sondern mehr als das Dreifache. Später habe ich andere Informationen bekommen, dass wir 3000 Euro bezahlen müssen. Da der heute 38-Jährige die Summe nicht aufbringen konnte, wurde ihm von Curanta dieser Darlehensvertrag vorgelegt. Mit 5% Zinsen stieg die Summe nun auf 3.150 Euro. Roman unterschrieb, was blieb ihm anderes übrig. Er bezahlte die Summe in monatlichen Raten zu je 250 Euro ab. Ich recherchiere zur Vermittlungsfirma Curanta. Sie hat ihren Sitz in Dresden und vermittelt Arbeitssuchende aus verschiedenen Nicht-EU-Ländern gegen Gebühr nach Deutschland. Inhaberin der Firma ist die Ukrainerin Irina Zaposchnikova. Hat sie die Arbeitssuchenden aus der Ukraine getäuscht? Sie lädt mich zu einem Interview ein. Ich möchte von ihr wissen, warum die Vermittlungsgebühr nach der Ankunft in Deutschland plötzlich so hoch war. Sie beteuert, von 500 bis 1000 Euro sei bei der Anwerbung nie die Rede gewesen. 500 Euro konnte nicht sein, wenn allein die Anerkennung 600 Euro, nur die Gebühren. Das Prozess ist so vielschichtig, erfordert sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit. Ja, muss auch natürlich Betriebskosten da sein. Auf Deutsch gesagt, das wird jetzt mehr kosten. Ich lege Frau Zaposchnikova eidesstattliche Erklärungen verschiedener Lokführer vor, die sich von Curanta getäuscht fühlen. So erklärt der russische Lokführer Wladimir B., ursprünglich sei eine Vermittlungsgebühr von 500 Euro vereinbart gewesen. Aber dann, Zitat, als die Vermittlung erfolgreich verlief, wurde mir jedoch mitgeteilt, es werde eine Gebühr in Höhe von 1000 Euro fällig. Also, das ist eine absolute falsche Entschuldigung, dass ich für irgendwas, was ich nicht getan habe, irgendwelche Gelder, uninformiert, so eingenommen habe. Im Gegenteil wurde noch ein Weg gefunden, dass die Vorderausreiser uns an nichts zahlen. Und erst dann durften die den Betrag monatlicherweise innerhalb eines Jahres abbezahlen. Jedem war alle Prozesse bewusst, über jeden Schritt waren die Menschen informiert. Für die Absprachen in der Ukraine, dass die Anwerbung wenige 100 Euro kosten soll, haben die Lokführer keine Belege. Es lief offenbar alles telefonisch. Somit steht Aussage gegen Aussage. Habt auch ihr schon Erfahrungen mit Personaldienstleistern gemacht? Dann schreibt es in die Kommentare. Zusammengefasst, Irina Zaposchnikova und ihre Firma Curanta holen Lokführer aus der Ukraine nach Deutschland. Sie reichen sie unter anderem an den Dresdner Personalvermittler Bahnpersonal 24 weiter. Und dann kommt sogar noch ein drittes Unternehmen ins Spiel, die Firma RailXpad. Die soll die Lokführer ausbilden. Den Lokführern war klar, dass sie für den deutschen Bahnverkehr nachgeschult werden müssen. Doch mit einer einjährigen Ausbildung haben sie nicht gerechnet. Ein gemeinsames Firmenvideo von Bahnpersonal 24 und RailXpad soll zeigen, wie fair und aufgeschlossen man miteinander umgehe. Tatsächlich, so die aus der Ukraine und aus Russland stammenden Lokführer, sei ihnen gleich am ersten Tag ein mehrseitiger Fortbildungsvertrag vorgelegt worden. Obwohl viele Lokführer schlecht Deutsch sprachen, sei kein Übersetzer dabei gewesen. Bahnpersonal 24 schreibt mir dazu jedoch später, es stünde für die neuen Mitarbeiter jederzeit eine Dolmetscherin zur Verfügung, der man Fragen stellen könne. Den Vertrag sollten die Lokführer sofort unterschreiben. In den Verträgen werden die Ausbildungskosten aufgeschlüsselt. Dabei kommen über 50.000 Euro zusammen. Und wenn die Lokführer dem Unternehmen nach der Ausbildung nicht mindestens 36 Monate zur Verfügung stehen, droht eine Rückzahlungspflicht. Welche Probleme die bringt, dazu später mehr. Ich besuche Roman Savchenko zu Hause in seiner Dresdner Wohnung. Ja, hallo, bitte. Er erzählt mir, ihm sei bei der Anwerbung in der Ukraine versprochen worden, er könne schon nach wenigen Monaten in Deutschland als Lokführer arbeiten. Mit knapp 3000 Euro Monatsgehalt brutto. Stattdessen musste er die teure Fortbildung beginnen, die am Ende über ein Jahr dauerte. Und war das für dich ein Schock? Ja, natürlich. Unglaublich. Ich bin nun mit einem Mann verabredet, der sich schon lange mit den Arbeitsbedingungen bei Bahnpersonal 24 und Rail Expert beschäftigt. Helmut Diener ist Vorstand des gemeinnützigen Vereins MobiFair. Er war selbst Lokführer und unterstützt Roman und über 20 weitere Eisenbahner aus der Ukraine und Russland, die gegen unfaire Arbeitsbedingungen vorgehen wollen. Von ihm will ich wissen, ob die ukrainischen Lokführer nach ihrer Ankunft in Deutschland tatsächlich noch eine übereinjährige Ausbildung gebraucht haben. Die haben eine hervorragende Ausbildung. Sie sind oft besser ausgebildet als manche deutsche Lokführer. Die bekommen einen Gleichstellungsbescheid ausgestellt von der Ausländerbehörde, der besagt, dass ihre Ausbildung aus den EU-Ländern und aus den Herkunftsländern gleichwertig ist mit einer Drei-Jahres-Ausbildung als Lokführer hier in Deutschland. Das heißt, Sie müssten eigentlich gar keine Ausbildung hier jetzt im eigentlichen Sinne mehr bekommen, sondern eher eine spezifische Ausbildung? Es gibt dann sogenannte Zusatzausbildungen, die notwendig sind, weil jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen hat dann ihre Regeln. Und das ist eine Ausbildungsdauer in der Regel von zwei, drei Monaten. Also viel kürzer als? Viel kürzer. Ja, und spezifisch auf das Unternehmen, wo er dann auch arbeiten soll. Im Anschluss an die Fortbildung bei RailExpert sollten die Lokführer dem Personalvermittler Bahnpersonal 24 noch drei Jahre zur Verfügung stehen, damit sie vermittelt und im Bahndienst eingesetzt werden können. Roman und seine Kollegen werfen dem Personalvermittler vor, sie dabei ausgenutzt zu haben, und kritisieren die schlechten Arbeitsbedingungen. Was ist denn die größte Gefahr für einen Lokführer? Gefällige Situation für den Lokführer ist es Vermüdung. Bei unterwegs müssen Fahrwerk beobachten, alle Anzeige und Bedienelemente. Man muss immer konzentriert sein? Ja, natürlich. Zum Beispiel acht oder zehn Stunden unterwegs muss man immer konzentrieren, konzentrieren und konzentrieren. Standardmäßig müssen genügend Pausen eingeplant sein, in denen sich der Lokführer ausruhen kann. Bei Bahnpersonal 24 war das immer so? Ne, leider nein. Müssten wir, oder zum Beispiel habe ich zwei Schichten gefahren und es waren ungefähr neun Stunden, ohne Pause, ohne Enthalten. Und zum Beispiel habe ich gefragt, gibt es einen Ablöser für mich? Aber Leiterstelle hat gesagt, leider hast du keinen Ablöser und fass du bitte wie bald möglich. Zu wenig Ruhezeiten, eine umstrittene Überstundenregelung und unbezahlte Anreisezeiten zu den oft weit entfernt liegenden Orten der Zugübernahmen, das sind die Vorwürfe der Lokführer. Ich schreibe Bahnpersonal 24 und bitte um eine Stellungnahme. Eine Antwort bekomme ich zunächst nicht. Auch ein persönlicher Besuch am Firmensitz in Dresden bringt nichts. Der Chef ist zwar da, will aber nicht mit mir sprechen. Was mir am Eingang auffällt, Bahnpersonal 24 und RailExpert, das Ausbildungsunternehmen, sitzen unter einem Dach. Gibt es da möglicherweise wirtschaftliche Überschneidungen? Wenige Tage nach meinem Besuch erhalte ich eine Mail von Bahnpersonal 24. Darin steht, man sei sich keiner Schuld bewusst. Zitat Mit unseren Arbeitszeitregelungen bewegen wir uns fest auf dem Boden der deutschen Rechtsprechung. Und zum Vorwurf der unbezahlten Anreisezeiten? Wie jeder Berufspendler hat auch ein Lokführer seinen Arbeitsplatz, die Lokomotive, nicht vor der Wohnungstür oder dem Hotelzimmer stehen. Bei Mitbewerbern unserer Branche ist es durchaus üblich, dass der Triebfahrzeugführer seine Reise selbst organisiert und teilweise die Reisezeit hälftig oder gar nicht vergütet wird. Doch mehrere Stunden zu einem Bahnhof zu reisen, um dann einen Zug quer durch Deutschland zu steuern, das birgt Gefahren. Ich treffe dazu noch einmal Helmut Diener von MobiFair. Pro Jahr, so sagt er, gibt es bundesweit und unternehmensübergreifend hunderte Fälle, in denen Haltesignale überfahren werden, Tendenz steigend. Die Ursache liegt also nach unserer Meinung darin, die von übermüteten Lokfirmen durch viel zu lange Arbeitszeiten. 640 überfahrene? 640 allein, 2021, Vorbeifahrten und Haltseignersignalen. Also Rotüberfahrungen? Rotüberfahrungen, unwahrscheinlich gefährlich. Im Dezember 2022 kündigt Roman Savchenko seinen Vertrag bei Bahnpersonal24, nachdem er statt der im Vertrag festgelegten 36 Monate nur 6 Monate für den Personalvermittler tätig waren. Daraufhin bekommt er von Bahnpersonal24 eine Rechnung über knapp 39.000 Euro. Er soll einen Teil der Ausbildungskosten zurückbezahlen. Für die kleine Familie ein Schock. Jetzt will Roman gegen diese Zahlungsaufforderung vor Gericht ziehen. Wir werden kämpfen. Hoffe ich, schaffe ich. Roman und seine Kollegen werden inzwischen von DGB-Rechtsschutz unterstützt. Der klagt jetzt gegen Bahnpersonal24. Johannes Burhorst vertritt 17 Lokführer. Ich will wissen, darf der Personalvermittler die Ausbildungskosten überhaupt zurückverlangen? Es gibt einen Paragrafen im Berufsbildungsgesetz, den wir anwenden auf solche Ausbildungen wie zum Triebfahrzeugführer. Und das führt dazu, dass die Kollegen, die sich ausbilden lassen zum Triebfahrzeugführer, die Kosten nicht tragen müssen. Ein Verfahren gegen Bahnpersonal24 bezüglich der Rückforderung der Ausbildungskosten hat der DGB-Rechtsschutz schon gewonnen. Weitere Klagen stehen an. In einem zweiten Fall, den ich in Mecklenburg-Vorpommern recherchiert habe, wurden ausländische Arbeitskräfte um den ganzen Lohn betrogen. Hallo, Herr Gor, ich grüße Sie. Jürg Glor betreibt ein Familienhotel. Er sei, so sagt er, ein Unternehmer vom alten Schlag. Fairness und ein guter Umgang mit den Mitarbeitenden haben für ihn hohe Priorität. Früher hatte er sechs Angestellte. Heute kümmert er sich mit seiner Frau allein um das Hotel. Da muss der Chef auch mal die Spielecke aufräumen. Ja, aber irgendjemand muss das ja machen. Im Mai 2021 gab es nach den Corona-Lockdowns endlich wieder Hoffnung, dass Touristen kommen. Doch Helfer im Gastro-Bereich waren extrem rar. Wir haben Anzeigen geschaltet, Arbeitsamt etc. Es haben sich keine Deutschen gefunden, die hier arbeiten wollen. Also blieb uns halt nur Internetrecherche, vielleicht wollen ausländische Mitarbeiter hier arbeiten. Und durch wildes Gegoogel bin ich irgendwie auf Eurokontrakt gekommen, habe das ein bisschen abgeklopft. Was ist das für eine Firma, was machen die so? Das schien alles vernünftig. Eurokontrakt ist ein polnischer Personaldienstleister, der Arbeitssuchende aus Osteuropa nach Deutschland, Österreich und Skandinavien vermittelt. Zu Jürich Lohr ins Hotel schickte das Unternehmen eine Frau aus der Ukraine. Wir brauchen jemanden für das Frühstück, der das Frühstück zubereitet. Also die Sachen frisch zubereiten, Brötchen backen, schöne Platten herrichten, das Ganze hinstellen. Dafür haben wir jemanden gesucht. Und konnte sie das? Sie konnte das leider gar nicht. Das war das Anforderungsprofil, was wir an Eurokontrakt gestellt haben. Wir brauchen jemanden, der genau diesen Job macht. Die haben versprochen, wir liefern Ihnen jemanden, der das macht. Das war aber genau gar nicht so. Jürg Lohr versucht, die ukrainische Aushilfe anzulernen, sie irgendwie einzusetzen. Und er überweist ihren Lohn, 21 Euro pro Arbeitsstunde nach Polen, an Eurokontrakt. Das war vertraglich so vereinbart. Die Aushilfe sollte direkt von ihrem Arbeitsvermittler bezahlt werden. Doch von dem bekam sie nach eigener Aussage kein Geld. Jürg Lohr hakte bei Eurokontrakt nach. Eurokontrakt hat uns immer nur mitgeteilt, das geht uns nichts an. Wir hätten uns gefälligst nicht um die Mitarbeiter und nicht um deren Status zu kümmern. Wir müssen das Geld an Eurokontrakt bezahlen und alles andere geht uns gefälligst nichts an. Ich will diese Ukrainerin, die damals im Hotel gearbeitet hat, besuchen. Und ich nehme Anastasia mit, die ebenfalls aus der Ukraine stammt und übersetzen wird. Wir treffen Natalia S. in Bad Sülze in der Nähe von Stralsund. Hier wohnt sie inzwischen mit ihrem Mann und sechs Kindern. Für die Arbeitszeit im Hotel hat die 46-Jährige vom polnischen Personalvermittler Eurokontrakt bis heute keinen Lohn erhalten, das ist jetzt über zwei Jahre her. Das Geld hätte sie damals dringend gebraucht, um ihre Familie zu unterstützen, die zu dem Zeitpunkt noch in der Ukraine lebte. Um ehrlich zu sein, ich habe diesen Menschen vertraut. Beim ersten Job für Eurokontrakt hatte ich kein Problem. Erst hier. Ich war so wütend, dass ich nicht bezahlt wurde. Ich hatte Kinder zu Hause, die kein Geld hatten. Und ich musste mir doch irgendwann eine Fahrkarte nach Hause kaufen. Natalia erzählt mir, wie sie sich nach Ausbleiben ihres Lohns selbst an Eurokontrakt gewandt hat. Vergebens. Aber sie fand heraus, dass sie kein Einzelfall ist. Ich bekam einen Anruf von einem Bekannten aus Polen. Und er sagte, dass die Leute vor Eurokontrakt stehen und ihren Lohn fordern. Und ich fand viele weitere Personen, die von Eurokontrakt nicht bezahlt wurden. Ich meine, sie haben normalerweise gezahlt, aber in den letzten Monaten nicht mehr. Ich habe etwa 40 solcher Leute gefunden. Ihr damaliger Chef Jörg Glor rief mehrfach bei Eurokontrakt an. Er meldete die mangelnde Eignung von Natalia. Er beschwerte sich aber auch, dass sie immer noch keinen Lohn bekommen hat. Kurz darauf wird sie von Eurokontrakt-Leuten mit einem Kleinbus abgeholt. Also wir hatten da ein extrem schlechtes Gefühl, nachdem wir durchgeblickt haben, wie das läuft. Das ist so was wie Sklavenhandel, also echt schlimm. Und haben uns auch geschworen, das machen wir nie wieder. Ich schreibe Eurokontrakt an. Der Personalvermittler sitzt in Däbno, ca. 100 km östlich von Berlin. Ich will wissen, warum die Arbeitskräfte in einigen Fällen nicht bezahlt wurden. Eine Antwort bekomme ich nicht. Natalia wendet sich an eine Rechtsanwältin in Rostock, die viele solcher Fälle kennt. Laura Klaffus versucht, einigen der um ihren Lohn geprellten Menschen aus Osteuropa zu helfen. Doch sie klagt nicht etwa gegen Eurokontrakt. Sie klagt gegen die deutschen Arbeitgeber, denen die Mitarbeiter vermittelt wurden. Also man denkt natürlich, Eurokontrakt ist hier der große Boomer in der Geschichte. Aber für uns ist es sehr viel leichter, denjenigen, der tatsächlich Leistung in Anspruch genommen hat, zu verklagen, als Eurokontrakt. Es gibt keinen Vertrag, der uns vorliegt, auf den man klagen könnte. Und darum ist es für uns deutlich einfacher zu sagen, hier, da hat sie ja die Arbeit geleistet. Und das sind diejenigen, die hätten das vorher prüfen müssen. Wenn sie es nicht gemacht haben, dann ist das die Konsequenz. Eurokontrakt hätte Jürgen Glor eine in Deutschland ausgestellte Arbeitserlaubnis vorlegen müssen. Doch die hat der Hotelier nie bekommen. Das haben die alle gesagt, das geht uns nichts an, weil die ja in Deutschland gar nicht zu deutschen Gesetzen arbeiten, sondern sie arbeiten ja in Polen nach polnischem Recht. Und den Durchblick hatte ich ja nun nicht, wie das denn nach polnischem Recht abgeht. Von daher war dann mein Ansinnen, ich bezahle halt den Stundensatz an Eurokontrakt und die werden den Rest schon regeln. Ein Irrtum. Deutsche Arbeitgeber sind in der Pflicht, sich alle Genehmigungen zeigen zu lassen. Nataljas ausstehender Lohn für die Arbeit im Hotel etwa 2.500 Euro. Jürg Glor hat diesen Betrag längst an Eurokontrakt überwiesen. Womöglich muss er ihn noch einmal an Natalja direkt bezahlen. Im Fall des Lokführers Roman Savchenko wird erst Ende des Jahres darüber verhandelt, ob er tatsächlich 39.000 Euro an den Personalvermittler Bahnpersonal 24 zurückzahlen muss. Die gute Nachricht, er hat mit Unterstützung der Eisenbahngewerkschaft EVG inzwischen einen neuen Job gefunden. Er fährt nun Güterzüge bei DB Cargo. Ich habe in dieser Reportage Menschen kennengelernt, die hoch motiviert sind, in Deutschland zu arbeiten. Einige von ihnen haben jedoch Verträge unterschrieben, die nur für die Vermittler ein wirklich gutes Geschäft waren. Ein holpriger Start für die ersehnten ausländischen Fachkräfte. Wenn ihr noch mehr spannende Reportagen sehen wollt, dann hier klicken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017